Corona hat viel verändert. Plötzlich Homeoffice, Unterricht digital. Naja, geht so. Geschlechterrollen wieder voll im Klischee. Frau daheim, Kind und Haushalt. Umwelt egal. Volle Kraft voraus. Wirtschaftswiederaufbau. Angeblich. Bald ist alles wieder so, wie es war. Aber muss das sein? Haben wir echt nichts gelernt? Wie wär's mit Pflege- und Gesundheitspersonal echt stärken? Nicht nur klatschen. Wirtschaft umbauen. Sozial gerecht. Ökologisch nachhaltig. Mindestlohn hoch, Kohlekraftwerk runter. Gute Rente statt Flaschen sammeln. Infrastruktur verbessern. ÖPNV überall und kostenfrei. Mieten bezahlbar, Schulen besser ausstatten. Kitas gebührenfrei. Frieden, keine Waffenexporte. Chancen schaffen, keine Hindernisse. Gemeinsames in den Vordergrund stellen. Zuhören statt wegducken. Wieder an eine bessere Zukunft glauben. Das Morgen gestalten. Zusammen, nicht gegeneinander. Mein Name ist Cedric Schiel und ich bitte Sie am 26. September um Ihre Stimme für mich und die Linke. Lassen Sie uns gemeinsam Zukunft gestalten.